Sie wollen jetzt noch auf die Kanaren? Über Weihnachten? Na, Sie sind vielleicht Optimisten. Sie wollen jetzt noch auf die Kanaren? Über Weihnachten? Na, Sie sind vielleicht Optimisten. Sie wollen jetzt noch auf die Kanaren? Große Hoffnung, da wird gerade gesprochen. Große Hoffnung, da wird gerade gesprochen. Hier, beheizer Süßwasserpool, geräumige Bar und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Es hört sich ja so an, als ob er bei mir nichts zu essen kriegt. Hier, beheizer Süßwasserpool, geräumige Bar und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Und das ist schöner, viel schöner. Nicht nur mit Befehl, auch mit Bidett. Werner, was ist das? Bidett, Biddy heißt es, aber das erklär ich dir später. Und das ist schöner. Viel schöner. Nicht nur mit Befehl, auch mit Bidett. Werner, was ist das? Bidett, Biddy heißt es, aber das erklär ich dir später. Welches Hotel ist es denn? Das, was ihr Fräulein Tochter ausgesucht hatte. Ach, das Teuerste. Was kostet das so ungefähr für uns alle? Welches Hotel ist es denn? Das, was ihr Fräulein Tochter ausgesucht hatte. Ach, das Teuerste. Was kostet das so ungefähr für uns alle? Und auf keinen Fall weggeben. Das waren drei Zimmer. Drei. Und auf keinen Fall weggeben. Ich ruf sie gleich wieder an. Also, das waren drei Zimmer. Drei. Sei doch mal ruhig. Frau Brettschneider kann ja gar nicht rechnen. Ich bin schon fertig. So. Hier bitte. Seid doch mal ruhig. Frau Brettschneider kann ja gar nicht rechnen. Ich bin schon fertig. So. Hier bitte. Ich bin schon fertig. Vielen Dank.